Hallo ihr Lieben! Heute wenden wir uns an euch in eigener Sache mit einer Ankündigung bzw. Information. Die meisten von euch kennen uns ja mittlerweile. Wir sind Sandra und Dirk. Was viele von euch eventuell noch nicht wussten ist, dass wir zwei verschiedene YouTube-Kanäle betreiben. Zum einen handelt es sich um den Kanal Mein Model und ich, bei dem es im Wesentlichen um den Lifestyle der Elektromobilität geht, hier insbesondere mit unserem geliebten Tesla Model 3 in Kombination mit herrlichen Roadtrips durch ganz Europa. Ein traumhafter Österreich-Roadtrip aus diesem Jahr ist schon in Bearbeitung. Wer sich für Safeways interessiert, der kommt auch hier auf seine Kosten, denn diese sind fast immer mit dabei. Unendliche Weiten. Zum Entspannen, Träumen und Mitreisen. Nach Safari Island. Auf die Malediven. In unserem anderen Kanal Unendliche Weiten geht es um einen reinen Reiseblog, bei dem wir euch in ferne Länder, zum Beispiel die Malediven oder Bali, entführen und unsere emotionalen Reiseerlebnisse mit euch teilen wollen. Beide Kanäle haben wir oben eingeblendet und ihr könnt auch beide Links unten in der Videobeschreibung finden. Im August diesen Jahres haben wir eine fantastische Reise mit unseren liebsten Freunden auf die Malediven unternommen. Es ging auf die Trauminsel Safari Island. Unser eigener Anspruch ist es hier, maximal hochwertige Vlogs zu erstellen, die euch entspannen, zum Träumen bringen, informieren und in eine andere Welt entführen. Da es sich hier aber überhaupt nicht um die Elektromobilität handelt, haben wir uns entschlossen, die beiden Kanäle getrennt zu lassen und nicht zusammenzulegen, auch wenn beide Vlogs unter anderem das Reisen zum Inhalt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns hier weiter begleiten würdet. Solltet ihr dieses Video hier auf dem Kanal Mein Model und ich anschauen, so habt ihr vielleicht Lust, mal in den Kanal Unendliche Weiten hineinzuschauen und ihn vielleicht sogar kostenlos zu abonnieren, um keine Videos dort von uns zu verpassen. Und für diejenigen, die dieses Video auf dem Kanal Unendliche Weiten anschauen, gilt natürlich dasselbe. Solltet ihr unsere Reisen mit unserem Elektroauto Möppel miterleben wollen, seid ihr herzlich eingeladen, unseren Kanal Mein Model, Moll und ich ebenfalls kostenlos zu abonnieren, um dort keine Videos mehr von uns zu verpassen, denn dort geht es natürlich mit vielen neuen Vlogs auch weiter. Was uns brennend interessieren würde, wie seht ihr das? Ist es richtig, die beiden Kanäle getrennt zu betreiben oder würdet ihr sagen, man könnte sie auch irgendwie zusammenlegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir werden auf alle eingehen. Das war es auch schon mit unserer Ankündigung. Wir freuen uns, euch auf einen oder beiden unserer Kanäle wiederzufinden. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch nicht zu sehr von Corona ärgern oder belasten und verlebt harmonische Weihnachten im Kreise eurer Liebsten. Auch wünschen wir euch schon mal vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr, sollten wir uns hier nicht mehr sprechen. Jetzt sagen wir erst einmal Tschüss, schöne Grüße von Sandra und von Dirk.